Hallo zusammen, hier ist wieder heute, und tschau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar, tschau euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir während eines Events unterspielen können. Und zwar haben wir hier das Toy Hearthstone Spieltisch. Und dieses kriegen wir über das Event 10. Jubiläum von Hearthstone. Das geht insgesamt eine Woche. Und das können wir einmal dann kriegen, wenn wir ein Achievement uns holen. Und zwar schimpft sich das Achievement Hearthstone Anfänger. Und das haben wir einmal hier unter den Sammlungen drin. Und ja, dafür gibt es dann auch noch ein weiteres, wo wir quasi die Hearthstone Kartensammlung haben. Für den Anfänger müssen wir nämlich 10 sammeln. Und für die Kartensammlung müssen wir alle 21 sammeln. Gut, wo kriegen wir die Karten her, um uns das Toy zu holen? Es ist so, ihr bekommt am Anfang, wenn das Event startet, hier einmal in eurem Postkasten, wahrscheinlich holt ihr den hier unten ab, ein Item. Und mit diesem Item könnt ihr eine Quest annehmen. Da fliegt er dann hier hoch, wo ich bin. Und dort oben könnt ihr die abgeben. Ihr kriegt einen Behälter. Und aus diesem Behälter bekommt ihr schon mal insgesamt 8 Karten raus. Und jetzt ist es so, dass ihr die anderen Karten bei einem Boss erspielen könnt, der theoretisch jede Stunde an drei verschiedenen Spots spawnt. Einmal hier in Waldracken. Und dann gibt es noch einen weiteren Spot in SW, beziehungsweise in Ogrimma. Ihr seht die auf der Map. Und zwar ist dann immer zur vollen Stunde, erscheint dann quasi so ein Portal auf der Map. Hier in Waldracken ist es quasi immer hier oben. Das ist dann nicht grün, sondern halt quasi gelb in der Mitte. Und wenn das Portal erscheint, dann tickt dann auch so ein Timer runter. Also das seht ihr ja quasi auch. Und nach 5 Minuten spawnen dann 3 Bosse. Die klopft ihr um und die droppen das. Die könnt ihr so oft killen, wie ihr wollt. Spawnen halt nur jede Stunde. Und die haben meistens solche Karten dabei. Also die ersten 10 für das Toy kriegt ihr ziemlich schnell zusammen. Auch die 21, das geht. Es droppen immer nur Karten, die ihr noch nicht hattet. Also ihr könnt nicht 10 mal die gleichen kriegen, sondern tatsächlich kriegt ihr dann nach und nach alle zusammen und habt keine Doppelungen drin. Sobald ihr dann die Karten zusammen habt und es ist schief und aufploppt, habt ihr dann dementsprechend auch das Toy. Das schauen wir uns gleich an. Kleiner Bonustipp noch. Aktuell ist das Event ein bisschen verbuggt und in SW, seht ihr hier sind Gruppen drin, auch wenn es nicht zur vollen Stunde ist, spawnen in SW durchgehend dieses Portal auf verschiedensten Servern. Und dann könnt ihr einfach immer in Gruppen reinhoppen, den Boss umhauen, nächste Gruppe und so weiter. Müsste bloß schnell sein, denn das Problem, was aktuell besteht, dass da halt ein paar hundert Leute innerhalb von ein paar Sekunden anmelden. Und wenn ihr da nicht in der ersten oder zweiten Sekunde in der Queue seid, dann kommt ihr nicht in die Gruppe rein. Also da nicht demotiviert sein, müsst ihr halt einen schnellen Finger beweisen. Genau. Aktuell kann das Toy sogar noch verkaufen. Wenn ihr mit mehreren Accounts das Achievement macht, kriegt jeder Account das quasi ins Inventar. Könnt ihr wahrscheinlich auch mit einem Testchar machen. Ich habe eins von den Dingern schon für 100k verkauft, also könnt ihr euch überlegen. Genau. Ich denke mal, Blizzard wird das wieder umpatchen, dass es seengebunden ist. Schätze ich mal, aber mal gucken. Wir lernen das Ding jetzt auf jeden Fall mal und gucken uns das einmal an. Hearthstone Spieltisch. Und zwar, was macht der Schickes? Benutzt, platziert einen Hearthstone Spieltisch und spielt gegen einen würdigen Gegner. Okay. Achso, wir müssen das hier in dem Spielgebiet aufstellen. Okay. Also hier seht ihr, da stellen wir das Ding auf. Und jetzt kann quasi ein anderer Spieler gegen mich spielen. Und dann kann man diese Quest dafür vollständigen. Also da kann man quasi auch sich reinsetzen. Oder hat sich jetzt jemand anderer reingesetzt. Und dann kann man spielen. Es gibt am Anfang auch so eine Quest, die kann man quasi damit erledigen. Gut, mehr ist es tatsächlich auch nicht. Damit sind wir mit dem kleinen Toy Guard eigentlich auch schon durch. Wenn ihr noch mehr zu einem Event sehen wollt, ich habe auch ein Video schon erstellt, wo ich mal einen groben Überblick über alle Belohnungen gegeben habe. Wo man die herkriegt, könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.